UNTERTITELUNG Wo geht's hin? Ins Côtois. Wenn das mal kein Traumurlaub für'n Fotologen ist. Philippe und seine Eltern sind nette Leute und es ist mir wichtig, dass das heute gut läuft. So ein Pech mit dem Wetter, hm? Papa, du bist immer noch dran. Maman, lass uns fahren! Mach einen Deal mit ihm, wenn er sein Abi besteht, darf er aussuchen, wo wir unseren Urlaub verbringen. Ich hab bestanden, Maman! Ibiza, Alter, du wirst so durchdrehen. Ibiza? Du willst nach Ibiza? Was soll ich denn bitte auf dieser Junkie hinziehen? Es ist so schön, dass du dabei bist. Diese furchtbare Musik läuft jetzt jeden Tag. Ich wollte nie, dass wir mit Shrek fahren. Shrek? Maman, der geht gar nicht. Nein! Wer ist dieser Typ? Liebling, das ist Frankie. Wir kennen uns noch aus Lille. Doch, das ist ewig her. Von der Zeit hast du mir nie erzählt. Das ist doch besser so. Ich bin Philipp. Tess. Ich bin Ludmilla. Oh, wie schön zwei Südamerikanerinnen. Glückwunsch! So, und los geht's! Es ist so geil hier! Ich werde von Batman angestarrt. Oh, ja! Tschüss! Die März mit sich auf Lydia.